So wenig kann er sich doch frei machen. Von der ewigen Knechtschaft seiner Gefühle, denn solange der Sturm in ihm tobt, kann er keinen Frieden finden, nicht in Leben, nicht in Tod. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.